So, was geht denn meine Damen und Herren Evils? Willkommen mal wieder zu einer Folge League of Legends. Es tut mir jetzt ziemlich doll leid, dass in den letzten Tagen jetzt hier keine Folge auf YouTube kam. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich gerade fucking viel zu tun habe für Schule. Und ich bin jetzt auch gerade sozusagen im Endsport. Es sind jetzt noch zwei Schulwochen und ein einziger Tag. Ich weiß nicht, ich habe einfach einen Montag. Und dann bin ich sozusagen vom Unterricht befreit und kann mich die restliche Zeit aufs Abi vorbereiten. Ich werde auch irgendwann nochmal, wenn ich dann wirklich mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen Ruhe habe, etc. Einfach mal nochmal ein bisschen ausführlich darüber schnacken, vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Weil auch die ein oder andere mal gesagt haben, hey Nick, was machst du jetzt eigentlich gerade so? Schule, E-Klasse, etc. Blablabla. Ich wollte auf jeden Fall aber heute hier kurz mal eine Runde Ranked zocken, weil so ab und zu sage ich dann, okay, so ein bisschen als Entspannung brauche ich dann auch einfach mal eine Runde Ranked. Aber dann sehe ich das wirklich auch komplett als Entspannung und sozusagen nicht, ja, ich zocke jetzt nicht Leute wegen YouTube, sondern einfach auch Leute einfach komplett wegen Entspannung. Dann ist es auch einfach mal so, dass ich auch gerne einfach mal eine Runde vielleicht allein gezockt habe, komplett einfach wirklich entspannen. Dann dürfte mir das auch nicht übel gehen, nee. Sondern da suchte ich dann einfach die Entspannung, ja, im Vordergrund stand. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt ganz kurz unseren, äh, Mormitar, meinen absoluten Favorite Pick, äh, Cyan, auspacken. Warum ist ich, warum mag ihn so gerne? Weil er vielleicht mich so krass an mich erinnert. Keine Ahnung, nein, weiß ich nicht. Aber ich habe einfach Jungs, Freunde, ihr will, Spieler von Champ, mit denen er Spaß macht. Das bringt schon echt hart viel, merke ich. Bäm! Merkt ihr das, Freunde? Merkt ihr das? Wow, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, das ärgert mich. Scheiße, Mann, wir hätten... Dinge hätten wir da für das Blood haben können. Ahhhhhhhhhhhhhh Wir müssen hier... Nee, schade Ich werde gar nicht gern in First Blood geabtelt Er hat gut reagiert Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn bekommen hätte Das war ziemlich greedy ehrlich gesagt Gut, dass er mich nicht irgendwie mit einer Bowler da noch gecatcht hat, irgendwie so eine Scheiße Das ist sozusagen alles gut gegangen Ich muss noch ganz gut aufpassen Ich habe ziemlich das Gefühl, dass der Jungle gleich hochkommen wird Was haben die noch mal da? Udyr, okay. Okay, der rotatet aber zum Glück nichts. Der rotatet aber zum Glück nichts. Haben wir auch keinen Udyr zu sehen? Eat this man! Oh, jetzt habe ich so doll mit dem Kopf gerüttelt und geschüttelt, dass ich mein 1 CS wieder verloren habe. So, der Pot ist auf jeden Fall erstmal weg, den haben wir echt ganz gut reingedrückt. Okay, er hatte natürlich auch 5 Pot, aber trotzdem nevermind. Er wird jetzt hundertprozentig gleich wieder da sein mit TP. Aber wir werden uns auf jeden Fall gleich mal zu den Farmern gucken, dann müsste ich deutlich besser sein. Allein schon aus dem Grund, weil er da gerade CS verloren hat. Oh, nice, 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 nice. Wird das ein Kissen? Ich würde einfach sagen, drauf da oder nicht? Weißt du was? Weißt du was? Was? Ah, shit! Okay, das einfach... W-What the... Nein! No! Doppelkill, Rengar. Wo ist der Thrill of Carnage? damen und herren er hat zwei kids bekommen das heißt aber das gleiche locker und guter da ist auf der linken kommen die zügigkeit sein hat sich für mehr leicht die entschieden auch gut also auch spricht naja aber ich hätte guter faszinierungen da musst du rauslaufen mann alle menschen wird es jetzt noch nicht gecheckt hat das gefühl nice man alter schwede jungs wir sind ab der die snipe gesehen und die wurde schon genervt trotzdem der kill nice ach so by the way wir vergessen wir spielen hier auf jeden fall mit meinem premade partner jakob tut mir leid das jetzt hier nicht das soll natürlich auch gesagt sein bei jamil wollten wir auf jeden fall sagen ja okay dann können wir ganz gut hier uns absprechen et cetera aber die zeit komme ich ja auch ziemlich gut hier zurecht ich gucke die ganze zeit mal ich würde es gerne wie so ein tp gang organisieren hier geht gerade nicht viel sozusagen so ranger hat nichts neues er hatte eigentlich ein gutes lead gehabt mit seinen zwei kids das ist auch so episch liebe das alles in meinem schild jungs okay also entweder wir tp gehen gleich einfach back und tp wieder neu auf der lane ne das hast du nicht okay jetzt haben wir einen cs verpasst macht nütz ja leute ich bin ach das wisst ihr ja gerade wir haben hier gerade wunderschönen sonntag ich bin ein bisschen müde gerade wollte eigentlich ein bisschen mehr party machen hier im let's play ich glaube ich werde einfach heute usen safe ist safe kein bauch auf irgendeine andere scheiße ähm was soll ich sagen ach genau ich bin hier gerade ein bisschen müde warum äh ganz easy ich bin gerade sozusagen von meiner dsp auch theaterprobe erst gerade nach hause gekommen um 16 uhr äh ja war auf jeden fall anstrengend 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 ich sag ja das ganze wochenende besteht hier gerade nur aus schule das ist ziemlich nervig ehrlich gesagt aber noch nicht mehr lange dann haben wir es eigentlich hier hinter uns hier kurz noch mal so eine top lane bisschen rasieren keine ahme ich hätte eventuell sogar ein bisschen fighten können aber ich hätte locker ein flash ziehen müssen und das war mir irgendwie gerade da hatte ich keinen Bock drauf ne mach ich nicht ich kann nix tp'n das stört mich ein bisschen ich guck die ganze zeit immer warum brauchen wir ein paar tränke guck die ganze zeit immer geht aber es geht an nichts top lane tp'n lohnt sich auch wieder gerade nicht ich möchte irgendwo jetzt einen heftigen tp starten naja hier hätte ich ganz eventuell hinter typen können aber das funktioniert auch nicht nur flash grace ok er macht echt viel er ist viel am rome und da holt er seine kills auf der lane hat er ein bisschen mehr dinger als gestrichen versagt so zu sagen gerade so ein bisschen seine taktik habe ich das gefühl hast das denn aber wenn ich wenn ich mein q komplett durchziehe dann möchte ich dass ich alles hier erst bekommen meine freunde warte ulti soon oh mein gott egal wisst ihr was dann pushen wir jetzt bitte aber wir können nicht mit der pushen so ne scheiß aber auch weißt du was dann gank mir bottling warte mal das ist eine richtige scheiß situation warte mal wir brauchen ich will jetzt hier einen kill holen wenn ich jetzt hier mit meiner ulti reingehe dann macht es einfach ganz normal easy warte mal wir müssen jetzt triple gank okay ah fuck ja ich will mit dem pushen aber ich krieg da auch nichts gepusht man es wird mich alles ziemlich doll kommen egal ja das ist geil an zeilen finde ich dass er so krass äh mobil ist und da einfach mit seinen ganzen äh mit tp und äh ultimate heftig krank ähm ja rohnen kann jetzt habe ich halt leider wieder keinen von beiden ab und weiß ich ob da jetzt der drake angegangen wird haben wir eigentlich ne die gegner oh die gegner haben einen blick gemacht wann denn das hab ich nicht viel mitbekommen seht ihr mal wie viel stärker ich gerade bin boah jungs das tut so doll weh ey tut so fucking nochmal weh ey jup das hat auch grad richtig zugeletzt ein ne ja 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 jupal die beiden noch mal hörten bitte so etwa weg nur flash wird ja und wir weiß nicht mit dem kommt nichts mit passiert nichts ach du scheiße ach du heilige scheiße ach du heilige scheiße man bei den blumen auf den contesten wir den kriegen sie nicht so einfach weiter weiter nein jungs right Na ja! Ich habe mal maler Trug fast nutzen können. Nein! Ja, lass dir weiter pushen. hier konnten wir das ordnen weil da drücken wir mal die sieben jetzt habe ich gerade ehrlich gesagt nicht so viel angst vor wieso back? warte mal was kann hier noch alles sein eine treppe könnte da sein nicht gut was machst du da du kleiner victor was du machen mann report victor wieso report victor ach man das scheiße ist ja weiß nicht vielleicht hätte mir keinen victor geben dürfen aber man hört mich eigentlich gut weil das victor zu hart wenn man wie gut steht unser jacob habe ich viel gegangt bekommen läuft hart die runde das ist eine harte runde für uns team nononon ich mal fahren nee sorry aber da klar hätte vielleicht bisschen mehr gebracht hätte er jetzt hier mit der gefahrt aber ich brauch das auch das einzige was gut ist dass wir auf jeden fall den 1 tower bekommen habe ich habe mir ist es sowieso ein komisches game ich habe auch nicht so viel wie gerade auf dieses game das wirken weil ich glaube ich tp drauf und save den die runde ist der ist das hier und die runde ist das nicht gut ich weiß nicht ob ich es eine gute Frage habe ich gewonnen es ist eine sehr gute Frage Ja, lieber den. Oh, warte mal. Ich hab's mir fast gedacht. Wir müssen uns für einen CS entscheiden. Wir haben den richtigen genommen, Freunde. Schluck Sprite, hat man gut gemacht. Jungs, 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 das geht nicht. Das geht nicht so. Können wir so nicht weiter gestalten. Nein, Junge, was geht in deinem Kopf vor? Surrender. Dann Cutter, easy. Das ist nur die eine, die gefehlt ist. Ich hasse dieses Gefühl. Wenn man mit ihm daneben läuft. Oh, scheiße. Betroffen. Bitte, können wir irgendwas hier töten? Lol. Ich hatte einen TP. Er ist ja ulti. Ach, du scheiße. Das war mein erstes Death. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir kommen hier ein wenig richtig rein. Das ist eine schwierige Runde. Knifflige Angelegenheit, sag ich jetzt mal. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich mein, eigentlich haben wir den besten Counterpick sogar fast. Ludo muss einfach nur ulten. Jetzt Ludo, die fucking drei Kills. Ludo muss einfach nur, dass das Ziel ulten. Ey, der ist so fucking schnell. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Keine Ahnung. Oh, das ist der Bombo-Kombo, von dem wir re... Oh, das ist der Drakklin. Ich werde das mal pushen. Oder Drakklin. Wobei ohne Junger? I just need some help boys. Wow, das hat er nicht gesehen. War perfekt boys, wir haben sogar hier diese Scheiße. Ist ja wie geworden. Loll, wo ist denn der? Ein Moment, wo ist der hingeflasht? Crazy shit. Ey, lass mal hier pushen, lass mal hier pushen boys. Ey, was? Ist die so gefiedert oder was, ey? Ich verstehe nicht, was du machen mit mir Katharina. Die Runde ich nicht mögen, es ist zu kompliziert. No, we don't want to surrender. Why are you pushing my top lane, motherfucker? Also das ist hier eine ganz schwierige Geburt. Oh, mein Doktor. Ja, es ist wieder nur diese komische Katharina. Ich krieg das schweren Hals. Hier hängt's mir. Nicht Flash. Was? Es war gedocht, boys. Ich bin ein Mensch. Es war die Lange. Ja, wirklich. Wir sind nichtız. Es war die Lange. Das war die Lange. Ich bin ein. Ich bin ein. Das ist nicht sinnvoll. P.U.D.P.A.I! Genau. Voller kann er erstmal reinlaufen, Jungs. Läuft bei dir. Noch mal zurück. Holy tits. Nice. Good job. Nein nein nein. Focus. Please. Always focus. AD Carry. But we can go. Wow. We can go back off now. Wieso hat der Victor eigentlich einmal so hart viel Damage gemacht? Can we please take this Mi Tower, baby? Katharina hat schon Hourglass okay, aber trotzdem hat sie zu kill. Das gefällt. Oh man, was machst du denn da? Tell me what you're doing, man. Wow, we're gonna like the top lane we're very sorry. Woo. Next drag, 1.52. Ah, see guys, we have to win this. Oh, no, no, no. It's only this Katharina. It's a little bit stronger right now. I don't know why, but it's maybe Katharina. I know why, because my midlaner fatter in the early game and that is not nice. This could be a lot of trouble for my team. I can show you something. It's like some damage, but it's not that much damage. Maybe it's a little bit broken. My weapon is broken. I don't know. Oh, Mi Gusta, Rengar. What is your build? Oh, lots of damage. Lots of damage. So, only... Oh, this is the bridge. Do we have ulti? Alter, was das für ein harter Blockhardt gewesen. Hey, er hätte nicht sterben gehen müssen. Er hätte nicht sterben gehen müssen. Vor allem, weil wir noch Ulti hatten. Und den Damage unterschätzt. Alter, ich kann grad nicht schreiben. Oh, jetzt irgendein Döner dahin baller. Irgendein Schiss. Irgendein Schiss. Schiss in die Tonne baller. Nee, is sick. Lass ich's lieber. Einen dünnen Schiss hier verbreiten. BAM! Weggeplatzt. Oh, scheiße, ja. Weggeplatzt. Oh, scheiße, ja. Ehhhhhhhhh. Viktor! Viktor! Keine Ahnung, wollen wir da rein? Jungs, das ist scheiße. Hier läuft irgendwie wieder nichts. In diesem Team. Okay, zwei Tracks für zwei Tracks. Ehh, vielleicht können wir... Ehh, vielleicht brauche ich meine Ulti, um die Katarina zu interrumpfen. Aber vielleicht brauche ich meine Ulti, um das Team zu engagieren. So, is ahhh... ... question. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... So, what are we doing? es ist ein mit meiner top los warum pusht ja nicht die ganze zeit 427 oh nein nein es könnte ein trade was aber ich habe nicht geklappt das ist verrückt wie viel stammt Difficult Situation Ich lieber so mit dem Buffs da ein bisschen rumzuspielen Ich mag es generell gerne und wir müssen an Dingen oder Leuten rumzuspielen BOLT Be careful my friend Don't get caught Go 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 Yeah 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 ULTI ULTI MADE Oh no ULTI Backpack this baby Ich weiß das, I know this I told you it's a trade Thanks for Ah Katharina interrupts WUHU 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 WUH 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 Kater, top. Alter, die Split pushen. Oh mein Gott. Wir können auch nicht wieder back. Hier ist hier so bullshit. Alter, der ultiert auch schon wieder. Achtung, pass auf, pass doch auf. Oh boy. Du wirst 100% von der Katarina gerwreckt. Oh, das ist der Orkard, das ist ein Greedy. Let's the group meet again. Oh, it's so much conversation and communication. Ah, move, 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 move. Ah. What the fuck? What the fuck? Jungs, wir haben scheiß Baron. Can we use Baron, please? And now I rage and if I rage, oh, no, 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 that was fucking bullshit. Oh my God. I rage and so I was a little bit afk. Oh my God. Äh, ganz komplizierter Angelegenheit. Ah, hey, der dritt. No. I'm coming back land. Yeah, you got trapped. Das war ziemlich wichtig gerade. Einfach mal da sozusagen getrapped. Das war nice. So, Bluebuff, äh, nee, Baron haben wir längst schon nicht mehr. Nice. Gut, können wir einfach mal jetzt hier weiter pushen. Aber ich sehe gerade, das könnte es da auch ziemlich lustig sein. Also, was ihr Bild angeht, das ist halt wirklich immer noch still, Cutter. Lasst ihr einfach mal, wir brauchen mal mehr Objektivs. Nice, aber auch einfach schon wieder einen Flash. Oh, Boys. I need to kill. I hate this man. Ah. I hate this so fucking much. Oh my God. Ne, das war eigentlich Dump. Kann sogar frei voll durchziehen. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass er mich so gut traden kann. Hm. Könnte richtig Dump werden. Weil der wird ihn Vector kurz one-shotten. Lol. Achso, ich wollte gerade sagen. Okay. Bin, äh, noch gekillt. Ja, das war scheiße, Mann, mit dem TP. Ich hasse das so sehr. Das passiert mir in der Zeit so oft irgendwie. Mal auf dem Objektiv. Weil früher ging das ja. Das war einfach normal auch so geschützt für die Zeit. Aber das haben die ja ganz krass geändert. Und das ist mir nicht nervig, ehrlich gesagt. Ah, nice. Okay, wir haben auch einen N-Hit bekommen. Ich wollte eigentlich noch mal back. Aber eigentlich brauche ich noch sowieso. Mein nächstes Item wird wahrscheinlich, äh, das dicke Schwert werden hier. Bauer auf mal Maurizio, Tio. Ja, und jetzt will ich das kaufen. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? Oh, mal gucken, ob hier was jetzt abgehen wird. Ah, ich hasse das, wenn sie den bekommen. Oh, scheiße, Mann, das war richtig knapp. Oh, scheiße, Mann. Ihr ist schon so früh. Wuhu. Nice, Mann. Nein, Duke. Ich will das nicht verlieren, aber ich werde dieses Spiel verlieren. Nein, 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 please don't lose this game, it was too hard. Ah, so eine scheiße Rumpf. Freunde, ihr willst? How could you lose this? I don't know. Ja, meine Damen und Herren, Freunde, ihr willst, das war irgendwie scheiße, was wir so eine Runde verlieren konnten. Ich weiß nicht, ich kam irgendwie gerade nicht mit dem ganzen Game Class, es war so eine schwierige Angelegenheit, muss ich ja sagen. Trotzdem bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein, hold on.